Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesem Donnerstag. Morgen reingestartet, Wochenende naht. Momentan traden wir bei ungefähr 16.600 US-Dollar. Wenig Bewegung zu gestern. Trotzdem einige interessante News, die wir jetzt gleich zu Anfang nochmal besprechen. Ansonsten bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wenn ihr Altcommentche habt, gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Und letzter Reminder noch, exklusives Registrierungsevent bei BingX. Holt euch einfach eure Free Trades in Wert von 20 und 30 USDT ab. Die anderen Bedingungen müsst ihr dann erfüllen, um nochmal zwei zusätzliche zu bekommen. Registrierungsevent, die Seite steht unten in der Videobeschreibung und der Link zur Anmeldung auch. Die Bonustrades werden euch am Montag dann gut geschrieben. Somit jetzt genug Werbung von meiner Seite. Wie gesagt, momentan bei 16.600 US-Dollar nur. Ich möchte es heute mal ein bisschen anders angehen. Und zwar schauen wir uns mal ganz kurz die News an. Gemini Partner stoppt Auszahlungen. Und was auch noch dazu kommt, gerade auf Twitter gelesen, Genesis Halt's Withdrawal fucked up soon. Darf man das so sagen? Bestimmt. Ja, das ist nur nochmal so eine kleine Warnung von meiner Seite aus einfach. Zieht euer Zeug von den Exchanges ab. Egal ob es Landinganbieter ist, wo ihr euer Zeug in Staking habt und sonst was. Zieht zumindest eure größten Beträge einfach ab. Ihr seht, es ist einfach noch nicht wirklich rum. Es gehen immer noch, sag ich mal, Zahlungen nicht raus oder beziehungsweise werden hier Zahlungen eingestellt. Also passt da wirklich auch für euch auf. Deswegen auch nochmal von meiner Seite die große Warnung. Zieht es einfach ab. War mir jetzt einfach das wichtig nochmal ganz kurz zu sagen. Und dann vielleicht noch etwas ganz ganz kleines Positives. Nayib Bukele, der CEO von El Salvador, kann man das so sagen? Oder Präsident von El Salvador, klingt wahrscheinlich besser. We are buying one Bitcoin every day starting tomorrow. Also jeden Tag wird jetzt ein Bitcoin gekauft. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Klar ist es gut für das ganze Cryptospace. Andererseits ist der Ruf von El Salvador ja ein bisschen geschädigt. Man wirft hier mit Steuengeldern im Endeffekt in Bitcoin die Kohle raus. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Und jetzt ist Charteranalyse Zeit. Wie gesagt, 16.600 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz auf die kleineren Timeframes. Hat sich bei Bitcoin wenig getan. Wir versuchen hier diesen Downtrend wieder mal zu halten. Also sind hier nochmal an diese Zone gekommen. Haben einen leichten Bounce gesehen. Aber so richtig Impulsivität kommt hier bisher nicht rein. Wir haben im RSI keine wirkliche Divergenz, die jetzt aussagekräftig wäre, um zu sagen, okay, hier geht es jetzt deutlich nach oben. Aber wir haben heute interessante News. Einerseits VPI, also Verbraucherpreisindex in der EU um 11 Uhr. Wo ich aber schon gesagt habe, ich würde diese Daten nicht zu überbewerten. Also es ist nur in Anführungszeichen EU. Wichtiger meines Erachtens nach weiterhin. Baugenehmigung in Oktober für die USA. Folgeanträge Arbeitslosenhilfe. Erstanträge Arbeitslosenhilfe. und Wohnbau beginne. Das sind jetzt so die Sachen, auf die ich heute um 14.30 Uhr wertlege. Und die dann auch im Endeffekt den Kurs dann wiederum bewegen könnten. Also darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Und es mal im Blick behalten, ob sich hier möglicherweise dann was tut. Ansonsten die Level bleiben die gleichen. 17.200 US-Dollar mit einem 4-Stunden-Close. Bullish. Alles was hier drunter geht. Ich sage jetzt mal unter 15.800. 4-Stunden-Close wäre bearish. Wir haben hier unten noch den Vektor. Bitte nicht vergessen. Der liegt weiterhin bei 15.900 US-Dollar. Es wäre wünschenswert, dass wir uns diesen Bereich hier einfach noch holen. Hier eine Konsolidierung sehen und dann den Pump nach oben sehen. Mehr kann man momentan meines Erachtens nach nicht bei Bitcoin erzählen, weil es einfach gelogen wäre. Wir sind in einer Seitwärtsphase, die übergeordnet in einem Downtrend ist. Wir müssen einfach eins von diesen zwei Leveln einfach durchbrechen. Und erst dann können wir auch eine Entscheidung hinfiebern. Interessanter hingegen sieht die Sache bei Ethereum aus. Hier schon mal so ein kleiner Fahrplan. Wir haben uns hier den Vektor geholt. Sehr, sehr schön auf dem 1-Stunden-Chart. Auch auf dem 15-Minuten-Chart schön den Vektor abgeholt. Trade wurde ausgelöst. Seitdem konsolidieren wir hier ein bisschen. Beziehungsweise haben wir hier nochmal die Zone getestet. Und jetzt würde ich mir wirklich wünschen, dass wir hier oben, warte ich mach das mal ganz kurz weg, dass wir hier eine Gegenreaktion nach oben bekommen in den Bereich der 1.280. Spricht natürlich gegen das, was ich gerade bei Bitcoin angesprochen habe, dass wir eigentlich den Vektor nach unten noch holen müssten. Den haben wir halt bei Ethereum momentan nicht. Das heißt, sollte Bitcoin weiter konsolidieren, könnte sich Ethereum zumindest kurzfristig erst einmal ein bisschen abheben und hier zumindest so eine kleine Rallye nach oben hin starten. Und damit ist es interessant, wir haben hier schon mindestens 4 Reaktionen da oben in dieser Widerstandsbox gesehen. Normalerweise sagt man, der 4. Schuss geht dann auch rein und dann mit einem möglichen Breakout. Aber wie gesagt, da muss der gesamte Kryptomarkt mitspielen und nicht nur Ethereum. Aber momentan sieht es zumindest erst einmal gut aus. Wir können mal ganz kurz zucken von diesem kleinen doppelten Boden. Ihr wisst, ich trade nicht nach doppelten Boden, aber mich interessiert es jetzt einfach, würde es zumindest hier dieses kleine Hoch nochmal rausnehmen. Aber hier liegt auch kein Volumen. Gehen wir einfach nur nach Volumen, müssen wir einfach in diesem Bereich der 1290, zwei Peaks hier oben, wo sich einigermaßen viel Volumen angesammelt hat. Einmal Kaufvolumen, einmal Verkaufsvolumen, würde es hier sehr, sehr gut anbieten. Gut, dann kommen wir zu XRP. Auch hier habe ich noch zwei Möglichkeiten. Einerseits, beziehungsweise zwei Möglichkeiten rausgesucht. Das Golden Pocket der Aufwärtsbewegung würde hier unten bei 0,35 liegen. Das lassen wir auch jetzt erst einmal drin hier. Und eine Vector Candle liegt dann hier unten noch bei 0,33 US-Dollar. Aber die News sind halt immer noch, es wird immer noch gemunkelt wegen Ethereum, SEC. Das bleibt auch weiter im Umlauf. Deswegen gehe ich hier erst einmal noch bullisch, bis irgendwas Gegenteiliges bewiesen wird. Aber trotzdem, wie gesagt, meine Meinung bleibt erst einmal fernhalten. Von jeglichen Trades, wir warten da jetzt erst einmal ab. Wichtig ist einfach, dass die Zone hier bei 0,40 US-Dollar-Cent bricht. Dann schauen wir uns Gala an, weil Gala war ein Wunsch von niemandem aus der Community. Und ihr wisst ja, Gala war auch so ein Ding, wo ich auf jeden Fall im Blick hatte. Wir gucken danach noch Kava an. Wir sind weiterhin in diesem Falling Rage. Also hat sich fundamental, beziehungsweise charttechnisch nichts getan. Für mich weiterhin eher kaufenswerter Aspekt. Nur was man hier noch ein bisschen im Blick haben sollte, wir haben hier doch einiges am Volumen noch bei 0,25 liegen. Es ist jetzt nicht mehr die Welt, was hier unten am Volumen liegt. Trotzdem, es wäre nochmal, ich sage jetzt mal zwischen 10 und 15% Dump. Ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Also das bitte nicht ausschließen. Trotzdem, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Falling Rage weiterhin bestand. Deswegen müssen wir hier nicht näher darauf eingehen. Und was sich auch noch gewünscht wurde, war Kava. Kava weiß ich gar nicht, ob man von wem es gewünscht wurde. Aber auch hier haben wir im Endeffekt das gleiche Bild. Nur, dass wir hier noch eine Kaufzone erreicht haben. Wir haben ja, glaube ich, das letzte Mal im Livestream. Übrigens heute Abend, 19 Uhr, wieder Livestream-Zeit. Würde ich mich freuen, wenn einige wieder dabei sind. Und dann könnt ihr auch jederzeit eure Fragen stellen oder Sonstiges und besprechen eure Altkönnenwünsche. Ja, Kava war nämlich auch so ein Projekt, sag ich mal, was wir im Livestream besprochen haben. Wo wir gesagt haben, okay, hier die Kaufzone ist die erste interessante. Und die zweite hatten wir hier unten bei 0,77 US-Dollar-Send. Und die wurde jetzt auch genau getroffen. Hat mit damaligem Support hier drüben und ehemaligem Widerstand, wo wir Struggle hatten, übereingestimmt, sind wir erst einmal hier ein bisschen aufgenommen worden. Volumen aber auch sehr hoch. Also ich würde hier auch jetzt noch nicht darauf verwetten, dass es möglicherweise schon der Boden war. Wir befinden uns hier kurzfristig in einem klaren Downtrend. Und wir haben halt hier unten sehr, sehr viel Volumen. Ich zoome das nochmal ganz kurz ran. Wir haben hier nochmal ordentlich Volumen. Klar, es ist nicht so viel wie hier drüben. Aber guckt euch mal was davor einfach an das Volumen. Da übersteigt halt diese Candle nochmal deutlich mehr. Das heißt, wir müssen uns einfach darauf gefasst machen, dass diese Zone hier nochmal mit einem tieferen Tief, weil hier unten einfach die Liquidität liegt, einfach nochmal abgeholt wird. Und dann mit einem schönen Breakout aus diesem Downtrend und dann wieder in dieses Falling Wedge hinein. Also Hoffnung ist noch nicht verloren. Ich persönlich kenne mich mit dem Projekt nicht aus. Ich bin auch nicht investiert. Aber es ist eine interessante Kaufzone, die wir eben im Livestream besprochen haben. Deswegen hier vielleicht mal darauf achten. Jeder, der in Cover investiert ist, ist möglicherweise eine nette, nette Nachkaufzone. Dann nochmal ein ganz kurzer Blick auf den DXY. Auch sehr interessant, weil wir hier darüber gesprochen haben, okay, wir brechen jeden Support und sind dann hier, das war glaube ich der Plan vom Wochenausblick, die 105 US-Dollar mal so, also die 105 Punkte Markte im Blick zu behalten. Da sind wir minimal nicht dran gekommen, aber wirklich minimal nicht dran gekommen. Aber das war so der Plan im Endeffekt. Und jetzt sind wir hier erstmal mit so einem kleinen Bounce. Jetzt ist, je nachdem die Nachfrage, wie halt später die News sind. Werden die bullish für Krypto, dann könnte DXY hier wirklich nochmal in den Bereich der 104,5 runter oder 105 genau. Das sind die nächsten Support-Levels. Werden die eher bearish? Und Immobiliensektor, ja, muss man mal so, sei dahingestellt, könnte das natürlich auch für einen Bounce beim DXY sorgen und dann eine mögliche neue Erholung. Zumindest mal die Ineffizienz, die wir hier oben haben, die zeichne ich hier gerade nochmal ein. Diese Ineffizienz, dass wir uns die noch schnappen und dann schauen wir mal, wie im Endeffekt die Reaktion ist. Gut, das war es von meiner Seite. News gibt es uns keine mehr. Ich habe jetzt gerade das Wichtigste rausgesucht. Wie gesagt, denkt an das Registrierungsevent. Geht bis Sonntag, glaube ich, und am Montag werden die Trades gut geschrieben. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend um 19 Uhr zum Livestream. Wie jeden Donnerstag freue ich mich drauf. Ja, das war es von meiner Seite. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.